hebeln wir sie weg jetzt erst mal ordentlich ein Bier hebeln was zur Hölle das macht ordentlich schon wieder mit stein ich möchte auch mal sehen wie man so ein richtig massives also wie man so ein schild mal mit dolch und holz das würde ich auch gerne sehen macht das auch mal nach was schon wieder steh mal wieder auf so eine fleischwunde hallo stell dich mal nicht so an hier da pflaster ja da hängen ein paar organe raus haben auch noch ein pflaster drauf und dann passt das schon schon wieder was machst du die ganze zeit du pfuscher du heilst ja nicht so viel wie ich wenn ich dich was mache ich wenn ich dich rette dann heilt es bei dir mehr weil ich das geskillt habe hast du ja schon ewig nicht mehr gerettet du pfuscher außerdem kannst du doch zu deinem imaginären gott bilden dann wirst du geheilt oh guck mal ich habe einen gott oh ich bin so dumm das geht aber nur wenn ich inbrunst habe das war es dann wohl ich frage mich wer ihr anführer war das werden wir vermutlich nie erfahren aber die bande ist zerschlagen und wir haben genügend wasser ich könnte ein bad nehmen wir müssen unsere reise fortsetzen wir haben keine zeit zu verlieren was kein bad der graal ist wichtig wir müssen gehen ihr seid noch nie mit einer frau gereist richtig nun dachte ich mir ich werde trotzdem ein bad nehmen marodeure aus europa hatten ihr lager am weg zum gipfel des tempels der neuen aufgeschlagen nur ein zufall wussten sie nicht wie nahe sie dem größten schatz in dieser sündigen welt waren es gab keine andere lösung wir mussten schleichend oder kämpfen durch sie hindurch um unser ziel zu erreichen marie der geheime tempel müsste hinter diesem höhenkamm liegen wer sind diese leute irgendein bewaffneter druck sie sehen aus wie christen das müssen söldner oder marodeure sein wir haben hier keine verbündeten ich würde ihnen aus dem weg gehen wir haben keine wahl unser weg führt uns direkt an ihrem lager vorbei ohne zu viel aufzügen zu regen ok die bad szene habe ich übrigens rausgestritten für alle die das jetzt wissen wollen war aber ziemlich geil ja nicht bestätigen was willst du uns gehen was ist fliegen ist dreck mach mal oben rechts verbessere block oben rechts wiederbeleben damit er nicht mehr so rum holt benutze ich jetzt übrigens nie mehr ich lasse ihn einfach verrecken ja hallo ja du hast nicht du hast nicht gesagt dass du es willst ja wiederbeleben jetzt du und dann hat es erstärkt die wiederbelebung kommen was soll der geiz einbrunstiges wiederbeleben äh zu sehen eine insbrunst ins einbrunstkugel Moment hab ich noch was für tausend auf die füße das untere das eine noch boah alter ich krieg bonus geil plus 200.000 prozent angriff straff so ja ja ich würde sagen wir gehen einfach hier durchs wasser und gut ist im moment lang habe ich gedacht es könnte sogar funktionieren aber es funktioniert nicht das sind fußspuren hast du schon erkundet erkundet die fußspuren ja ah ja ah ja mhm mhm ich schlage vor wir umgehen die menge am eingang ok da der schutt so tief dürfte das wasser nicht sein ich werde ungern nass müsst ihr wissen ihr seid ein hoffnungsloser fall mhm oder wollen sie doch töten es gibt kein bonusziel soll ich ihm das genick brechen weiter geht's nicht brech ihm das genick den zweit kommt auch noch das genick brech mir allen das genick komm schon brech mir genick hallo da hallo komm mal erstmal hierher bevor die da noch zurücklaufen ok so jetzt den arm raus schützen da oben und dann die zwei typen da unten ja mach du mal hier ich habe auch brüste allerdings nicht an den armen nicht an den armen so gut los geht's hast du ich habe mich doch weg gedreht was soll denn denn scheiß jeeterei hier ich hab mich weg gedreht können die nochmal töten lass uns laden sie nochmal töten da hinten war es auch noch ein pfeil achso das sind diese fußspuren ok ich hab schon wieder ein dolch geworfen ich will doch gar keine dolche werden wenn der wachmann auf dem turm uns entdeckt wird er das ganze lager alarmieren wenn wir zu viel lärm machen sind wir verloren wir müssen zuerst die linken wachen ausschalten sonst entdecken sie uns nö ja ich will mal kurz brunst aufladen ist komplett unauffällig mir geht nicht ok so los geht's schaltet sie rasch ab was machst du denn du futter ich hab Geist gemacht ja lügst du schon wieder ist gelaufen ich kann nicht blocken wenn die ganze zeit hier Pfeile auf mich geschossen werden würdest du jetzt bitte endlich sterben danke du bist du kommst schon wieder sag nicht du bist schon wieder sag mal was machst du denn die ganze zeit die sind so gut die machen so viel schaden das geht die zeit auch aus was machst du du Puscher Pusch nicht so ja alter wegen einer fleischwunde verstehst du glaubt ja rum ich hab mir den Füernagel aufgerissen oh und nein ich hab mir eine Nadel gestochen und verloren mach doch nichts ey hallo mein Bild ist schwarz doch wir müssen jetzt nämlich nach vorne anfangen und alles nach mal machen oh überraschenderweise nicht muss ein Bug sein so jetzt machst du aber richtig du Pfeife weißt du hast schon wieder nicht richtig gemacht ich hab meine gemacht was ich hab nicht wieso mein insbrunst nicht aufgeladen das ist doch kacke ich hatte das doch aufgeladen das heißt die Bogenschiffe irgendwie ein bisschen schneller sind ich hab Dolch du kannst mich mit deiner Axt nicht verletzen wir sollen überhaupt ein Zeitlimit sollen sie doch ruhig alle kommen das ist alle Trupps sind nur Dürre im Lager ok warum müssten wir jetzt überhaupt leise sein wenn wir die I alle töten müssen ist hier noch irgendwo ein Bonus müssen wir ja nicht doch Bonusziele müssen erfüllt werden der Erfüllung des Bonusziele war ein Perfell ich wolle ihnen das Genick berechen hat mal wieder nicht funktioniert äh ich möchte ehrlich gesagt nicht noch weiter ins Lager laufen weil ich gucke nur noch mehr an wir haben ja ein Zeitlimit Tastengesmascher hier 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 gut ähm ich werfe mal ne Krug ich werfe keinen Krug weißt du wieso können die mich denn umwerfen ich wollte an den Krug werfen aber der Krug ließ sich nicht werfen bist du schon wieder was machst du denn die ganze Zeit beschwere dich nicht kämpfe all die Fresse komm steh auf du faule warum nehme ich dich überhaupt mit ich suche den Krall alleine ich suche den Krall alleine wird viel schneller hältst du dich nur auf dann werde ich die Göttin der Welt auch hier schnitts ihn auf so warte mal kurz nein ich mach auf ich hab aber keine ich hab aber keine Inbrunst ja klickt mal die Meldung weg ich hab insbesondere willst du welche ja kriegst aber keine gehst eh gleich wieder down äh ich wollte gar nicht da das sind nur zwei vielleicht wirst du damit klar oh ich nehm dir noch einen ab dann hast du eins ist das den Herrn zu viel weißt du was hast du jetzt getan wir haben mich gesehen oh Gott was hast du getan wir müssen jetzt alle besiegen das sind doch nur paar du hast praktisch das ganze Lager gerufen du bist ein schlauer oh ich bin tot belebe mich wieder ich hab mich hinter den Kisten gesehen du sollst dich dumm auf dem Boden rumrollen als ob du brennen würdest lass dich raten wir müssen jetzt alles wieder machen Marodeure aus Europa hatten ihr Lager am Weg zum Gipfel des Tempels der Neuen aufgeschlagen nur ein Zufall wahrscheinlich ja ne wo ist denn hä was boah das gespeichert was ist das ein duber Speicherpunkt und wieso ist meine Instrums schon wieder leer wieso kann der mich denn ständig umwerfen jetzt steh auf steh auf ich war kurz beschäftigt jetzt steh auf geh hier sterben geh sterben Pisa Pisa boah kommen wir noch mehr so Armbrust schützen was ach komm schon ja vergiss es okay hast du jetzt selbst geladen nein gut dann noch weiter spielen ja wenn du selbst lässt wer weiß was er da lädt Marodeure aus Europa hatten ihr Lager am Weg zum Gipfel des Tempels der Neuen warum speichert ihr das so beschissen ich mein hallo nicht in die Richtung da lockst du nur wieder alle ja aber wieso ist meine Instrums leer die war nicht leer als ich da war also den er hat hier gespeichert obwohl hinter uns eigentlich alles frei war wir hatten da schon getötet oder nicht ja also dass hier das spiel und ich so wird erstmal die da töten ich hab Instrums nicht aufgeladen weil ich es vergessen habe weil er ist natürlich auch wieder auf 0 zurücksetzt ich ich hab doch geblockt mich verarschen ich hab geblockt du Blocker Noob Hallo Blocker Noob so jetzt ein bisschen vorsichtig komm mal her wir brechen da vorne mal zwei Genicke ganz kloppt ja und zwar so dass die uns nicht alle sehen gleich gut von der Mitte halten wir uns erstmal schön fern so war da jetzt rechts noch wieder welche oder nicht mehr da hast du noch zwei da kommen wir nicht rum hm 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 oh Gott vielleicht kann ich hier mal über ein Dolchen sonst da oben Bogenschützen kommen wir da irgendwie nochmal rum kommen kommen wir nicht schade dass wir keinen Bogen haben gibt's nicht zu teuer hier wir müssen auch noch irgendwie auf diese Insel da kommen auf das Schiff nein auf die Insel da ist eine Kiste das Schiff interessiert auch kein Schwein da hinten oh das sind nochmal zwei zum Genick brechen ich verstehe gar nicht warum wir ein Zeitlimit bekommen wenn wir eh alle umbringen sollen so das sind nochmal zwei oh langsam gehen aber die Einzelstehenden aus vor allem weil sie da noch welche bewegen da sind noch zwei da laufen aber nochmal zwei da sind schwierig ja jetzt sollten wir einfach mal dahinten die da so wie kämpfen und hoffen dass da nicht so viele kommen ja äh äh hallo ich hab dir ein Dolchen ins Gesicht geworfen oh es war nicht so abplant aber hat funktioniert hallo dreht dich doch weg nein ich will sie nicht so recht wegdrehen außer wenn sie sich nicht wegdrehen sondern tut sie es gut wie kommt man auf die Insel Jungs wir sollten das von da hinten machen ich kann uns nicht mehr aufladen ja jetzt können wir die zwei da noch die Genick auf jeden Fall brechen ja guck mal die Dance Moose ja 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 aber dann ist es scheiße ja ich hab die krassen Übermoose ich bin ja auch ein Mann kriegen wir die gebrochen die Genicke ja vielleicht lieber nicht weil lieber nicht glaube ich sonst locken wir noch den Kern da an und das wollen wir ja nicht einen harten Kern warte mal kommen wir da zu den Bogenschützen hoch ne ne natürlich nicht aber irgendwie muss man ja zu der Insel kommen dann ja wir sollten erst wenn wir das Lager durch haben gucken wir mal das Wasser hier ab vielleicht kann ich den da rauswerfen ich kann ihn ja nicht mal anvisieren ne ich zeige euch was gemacht wird äh ja das Problem ist dass der Bogenschützer oben drin sitzt und dass wir den da nicht rauskriegen das heißt wir haben gleich verloren und oder? ach ne Ampelsküpfel ne doch nicht das ist alles gut was noch ein einzelner? ach so das ist die oben ein von 6? was? wie eins von 6 ja jetzt wird die Mitte schwierig ne ja kriegen wir hin ähm ja die müssen wir jetzt wohl Hardcore locken da gibt's kein einfaches glaube ich weil die stehen halt alle auch mit dem Gesicht mit Werfen? mit Töpfen? ach da laufen noch welche ja die sollten wir erstmal als erstes ausschalten glaube ich wobei das sind nur 4 da können wir jetzt einfach reinlaufen im Prinzip da kommen wir jetzt vorbei ja wir können's probieren schnell komm her scheiße oh alles gut also nochmal 2 nicht in Gong schlagen das wäre jetzt das wäre jetzt glaube ich ganz klug ähm warte mal kurz das sind noch mehr aber die gucken grad in eine andere Richtung glaube ich ne die gucken nicht in eine andere Richtung die werden uns das drehen du egal die ja für nur 4 komm du wir haben den schwarzen Ritter aber was zur die auf oh ah nein nein soll dich soll dich soll dich du mobs lag auf den fangen gut äh alle zubst du mal durch im lager brauche ich ja gar nicht aber na gut du kannst du gebrauchen ja heilmächte heilschlampe du so ähm da geht's weiter das gelbe da da geht's weiter ne ja gelbe ist weiter aber das wollen wir ja nicht schlafen wir die müssen wir jetzt mal warte mal kurz ich versuche mal was nein das hat nicht funktioniert scheiße ich habe einen ungeworfen doch bei einem hat es funktioniert jetzt muss ich aber so reingehen und den wo ja hab ich geschafft wegen des Anbruchsschützen knack aber du lebst noch nicht mehr du kannst du mal aufhören zu blocken mach ich doch auch nicht mach so ach